Was ist dir heilig? Ja, heilig ist mir mein Glauben und meine vielen Freunde, die mir zum Glauben verhelfen und mit denen ich auch im Kontakt sein kann und mich über den Glauben austauschen kann. Und einfach die ganzen Beziehungen, weil ohne Freunde und ohne Familie steht man alleine da und kann auch den Glauben nicht vertiefen. Was ist dir heilig? Also mir ist heilig, dass man achtsam miteinander umgeht, im Umgang miteinander gut aufeinander aufpasst und das passt auch gut zur Prävention sexualisierter Gewalt. Das achtsame miteinander umgehen, sich um einen anderen kümmern und darauf schauen, was der andere braucht oder was er auch nicht braucht. Was ist euch heilig? Ähm, also meine Familie, meine Freunde, ja. Und dir? Ähm, ja eigentlich auch. Was ist dir heilig? Ja, auch eigentlich meine Familie, so Liebe und ebenso die zwischenmenschlichen Werte. Ja, die Gesellschaft und Familie ist halt besonders wichtig, halt allen Menschen, zu denen man nahe ist.